Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, heute mit mir Joana Jeschke. Mohamed Bouazizi, der war gerade mal 26 Jahre alt, als er sich vor dem Verwaltungsgebäude in einer tunesischen Provinzstadt erst mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und sich dann schließlich selbst angezündet hat. Das war im Dezember 2010, ist jetzt also so zwölf Jahre her. Ich war damals ein bisschen jünger als Mohamed Bouazizi und als ich das in den Nachrichten gesehen habe, habe ich gedacht, wie krass ist das bitte? Wie verzweifelt muss jemand sein, dass er diesen Schritt geht, sich selbst zu verbrennen? Ja, die Menschen in der Provinzstadt, die haben damals gegen die Verwaltung protestiert und schon auch gegen die Chancenlosigkeit, die viele junge Leute gefühlt haben. Videos davon, die haben sich rasend schnell verbreitet und das war letztlich der Auslöser der Arabischen Revolution, die wir auch als Arabischen Frühling kennen. In großen Teilen der arabischen Welt sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gegen regierende Autokraten zu protestieren und Demokratie und Freiheitsrechte einzufordern. Und so klang das zum Beispiel in Tunesien. Und heute? Am 17. Dezember, also auf den Tag genau zwölf Jahre, nachdem Mohamed Bouazizi sich angezündet hat, wird in Tunesien ein neues Parlament gewählt. Aber viele Tunesierinnen und Tunesier wollen gar nicht zur Wahl gehen. Du willst nicht mehr wählen gehen, weil sich sowieso nichts ändert. Ich habe gewählt, ich habe geredet, nichts hat sich verändert. Also warten wir ab, bis Gott uns hilft. Das war Munir Sari aus Sidi Bouzid und so wie er denken ganz viele Menschen darüber nach, gar nicht erst zur Wahl zu gehen. Vor zwölf Jahren haben sie in den Protesten für mehr Mitbestimmungsrecht gekämpft, ihr Leben dafür riskiert. Und ich frage mich, wie passt das zusammen mit der heutigen Wahlverdrossenheit? Darüber spreche ich jetzt mit der ARD-Korrespondentin Christina Böker. Sie war für den Weltspiegel in Tunesien. Und als zweiten Gast habe ich Jörg Armbruster eingeladen. Er war 2011 als Korrespondent in Kairo, hat die Arabische Revolution miterlebt und beschäftigt sich bis heute ziemlich intensiv mit der Region. Aber los geht's mit Christina Böker. Dann sage ich, hallo Christina, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Erzähl doch mal, wo genau warst du in Tunesien unterwegs? Also der Schwerpunkt unserer Dreharbeiten für unseren Weltspiegel-Beitrag war Sidi Bouzid. Das ist eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner ungefähr, in der sich vor fast exakt zwölf Jahren der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi selbst angezündet hat. Das war damals die Initialzündung eigentlich für den arabischen Frühling. Und wir wollten schauen, wie es den Leuten genau dort zwölf Jahre später und direkt vor eine Parlamentswahl geht. Geografisch ist es 250 Kilometer südwestlich von Tunis, im sehr strukturarmen Landesinnern von Tunesien. Dünn besiedelt, keine Industrie, kein Tourismus. Auf der Reise dahin fühlt man sich so zeitweise wie in the middle of nowhere, würde ich sagen. Olivenplantagen säumen da über weite Strecken den Weg. Manchmal ist es aber einfach so eine Art Wüstenvorland. Und was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben? Also von den Dreharbeiten nehme ich so als intensivsten Eindruck die extreme Armut mit, die es dort gibt, existenzielle Armut. Wir haben einen jungen Mann begleitet, der auch Gemüse verkauft, wie dieser Bouazizi, der sich verbrannt hat. Er verkauft jetzt viel weniger als früher, darf seinen Stand nicht mehr jeden Tag, sondern nur noch einmal pro Woche aufstellen und verdient dann um die fünf Euro. Auch in Tunesien ist es wenig und man kann sich nicht allzu viel dafür kaufen. Auf dem Markt, eigentlich so ein total schöner, trubeliger Ort mit toll duftenden Gewürzen, mit bunten Farben, mit lautem Marktgeschrei, so wie man es sich vorstellt. Ein Zug haben alle Menschen, die wir angesprochen haben, über die schlimme Wirtschaftslage geklagt. Wir hören uns mal zwei von denen an. Das Leben ist so teuer geworden, dass wir nicht mehr leben können. Wer sein Mittagessen bezahlt hat, muss überlegen, wo er das Abendessen herholt. Ich habe einen Korb Brot verkauft, um meine Kinder zu ernähren. Ich kaufe auf Kredit, habe nicht einen einzigen Tropfen Öl mehr daheim. Ein Leben von der Hand in den Mund. Die Frau hat hinterher auch noch geweint. Das ist wirklich, die wirtschaftliche Lage ist da wirklich zu spüren. Wir konnten uns das dann auch nochmal anschauen, als wir den jungen Gemüsehändler nach Hause begleitet haben. Der wohnt auf sehr engem Raum mit seinen drei Geschwistern, Mutter, Vater, kein Kühlschrank. An sowas wie eine Waschmaschine ist gar nicht zu denken. Wasser gibt es nur im Hof. Zweimal hat er schon versucht, mit einem Schlepperboot nach Europa zu kommen. Zweimal ist er gescheitert. Einmal hat er das Geld sogar von seiner verzweifelten Mutter bekommen, die es sich ausleihen musste. Das ist auch so einer der intensivsten Eindrücke, die ich mit nach Hause genommen habe, dass so viele junge Menschen da geradezu fatalistisch in die Zukunft gucken und keine Zukunft in ihrem eigenen Land sehen. Das war ja damals auch so. Also Mohamed Bouazizi, der sich, das hast du eben auch schon erwähnt, der angezündet hat, hat ja damals für sich auch keine Zukunft gesehen in dem Land. Wie präsent ist er denn noch in Sidi Bouzid in der Stadt? Naja, präsent ist er immerhin in Form eines Denkmals in der Straße, in der er sich damals angezündet hat. Und auf einem Gebäude dort an dieser Straße prangt auch groß die Silhouette seines Gesichts. Insofern hat er eine Spur optisch da hinterlassen. Aber mein persönlicher Eindruck aus diesen drei Tagen dort ist, die Spur ist irgendwie verwischt. Überlagert von dem Geschehen in den zwölf Jahren nach seinem Tod. Von ganz vielen zerstörten Hoffnungen und vor allem von sehr viel Frust über die schlechte Wirtschaftslage. Jetzt wird am 17. Dezember ein neues Parlament gewählt und wir haben am Anfang schon einen Ton gehört aus Sidi Bouzid. Viele Menschen wollen ja offenbar gar nicht wählen gehen. Warum? Ja, wir haben alle Menschen, die wir getroffen haben, danach gefragt, ob sie wählen gehen, ob sie zuletzt wählen gegangen sind, ob sie beim Verfassungsreferendum gewählt haben. Viele haben gesagt, dass sie diesmal nicht wählen gehen. Einige haben gesagt, sie gehen wählen, aber sie erwarten keine Besserung. Der Grund für beide Haltungen, so glaube ich, sie haben 2014 gewählt, sie haben 2019 gewählt. Das sind die beiden Wahlen, die es gab nach der Revolution. Und jetzt sagen sie, es hat sich doch für sie eigentlich nichts geändert. Dazu geht es ihnen wirtschaftlich immer schlechter, zuletzt durch den Einbruch des Tourismus auch an der Küste in der Corona-Pandemie. Und jetzt auch nochmal aktuell, wie ja auch in anderen Ländern, durch den Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Preissteigerungen. Manche sagen jetzt sogar, und das fand ich dann schon bemerkenswert, das Leben sei unter dem autokratischen Präsidenten Ben Ali, der 2011 ja gestürzt wurde, besser gewesen. Ah, okay, das ist natürlich irgendwie eine ernüchternde Bilanz. Du hast eben ja schon das Verfassungsreferendum vom Juli 2022, also von diesem Sommer, erwähnt. Das heißt, sie haben ja schon mal gewählt dieses Jahr. Worum ging es da und was wurde beschlossen? Ja, im Prinzip ging es darum, dem amtierenden Präsidenten Kai Sayed mehr Machtbefugnisse zu geben. Er kann jetzt nämlich die Regierung ernennen und entlassen und er kann auch Richter ernennen und entlassen. Und er darf auch das Parlament auflösen, was er auch schon mal vor einem Jahr im Juli 2021 getan hat. Das ist jetzt tatsächlich eine Machtkonzentration und es ist schwer, das zu verstehen. Seine Motivation wird von Beobachtern im Land ungefähr so beschrieben. Der ist ehemaliger Professor für Verfassungsrecht und er wollte eigentlich eine neue Konstruktion schaffen und den revolutionären Weg so quasi korrigieren, weil er meint, dass der zu stark von Parteien dominiert ist und nicht vom Volk selbst geprägt wird. Dagegen, so sagt er, will er ein echtes demokratisches System einführen, in dem das Volk der Souverän ist. Aber je länger er an der Macht ist, und das ist er jetzt seit 2019, desto weniger kann man sich vorstellen, dass es diese Art Demokratie von unten überhaupt geben kann. Und nach dem Verfassungsreferendum im Sommer gab es auch diverse Demonstrationen gegen ihn. Die Oppositionsparteien haben sogar angekündigt, bei der anstehenden Wahl nicht mitzumachen und haben auch dieses Referendum boykottiert. Ich habe gelesen, dass Expertinnen und Experten das Land eigentlich auf dem besten Weg in Richtung Diktatur sehen. Wir haben einen Präsidenten, der die ganze Macht hat, ohne Verantwortung und ohne echte Kontrolle. Das alles ist außerhalb der Demokratie. Wir haben einen Präsidenten, der selbst am Ende seiner Amtszeit Wahlen verweigern kann und wir können nichts, rein gar nichts dagegen tun. Denn es gibt überhaupt keinen institutionellen Mechanismus in seiner neuen Verfassung, die ihn aufhalten könnte. Das war der Jurist Mediel Esch vom Recherchezentrum Legal Agenda im Libanon. Man muss dazu sagen, das war vor dem Verfassungsreferendum vom Juli. Aber was denken denn die Menschen im Land über den Präsidenten Said, der offenbar zumindest sich von, so wie wir es kennen, demokratischen Werten ein Stück weit wieder verabschiedet? Ja, es gibt nicht so ein ganz klares Bild über ihn. Erstaunlicherweise wollen sie ja nicht wählen, rechnen nicht mit Verbesserungen. Aber die, mit denen wir in dieser Kleinstadt Sidi Bouzid gesprochen haben, die machen gar nicht unbedingt nur den Präsidenten dafür verantwortlich. Eher so das System. Sie haben ihn teils 2019 gewählt, weil er damals ein politisch relativ unbeschriebenes Blatt war und sich auch eher vom politischen Gekungel distanziert hat. Und jetzt sind manche ihm gegenüber so ein bisschen indifferent, hatte ich den Eindruck. Andere wiederum, vor allem in der Hauptstadt in Tunis, ziehen ja gegen ihn auf die Straße. Also es gibt zu ihm nicht die eine Haltung, so meine Beobachtung. Einige sind gegen ihn auf die Straße gezogen. Beim Verfassungsreferendum im Juli waren es, glaube ich, nur so um die 30 Prozent Wahlbeteiligung. Wie schätzt du das ein? Wird das jetzt bei der Parlamentswahl ähnlich sein? Oder glaubst du, da motivieren sich doch noch ein paar Menschen mehr? Das ist echt schwer einzuschätzen, würde ich sagen. Aber nach meinem Eindruck sind da keine hohen Zahlen zu erwarten. 2014 lag die Wahlbeteiligung noch so um die 60 Prozent. 2019 nur noch um die 40 Prozent. Wenn jetzt die Beteiligung angesichts dieser Stimmung, die wir auch bei unseren Dreharbeiten wahrgenommen haben, höher wäre, wäre das für mich eher eine Überraschung. Jetzt war ja Tunesien eigentlich immer so ein bisschen auch der Leuchtturm in Sachen Demokratie. Gerade das Land, in dem der arabische Frühling letztlich begonnen hat. Und es wurde mal gesagt, Tunesien sei das Land, was am ehesten die Chance hätte, auf eine Entwicklung hin zur Demokratie. Wenn man das jetzt alles so hört, was ist denn da schiefgegangen? Ja, Tunesien war eigentlich der Leuchtturm. Es wurde ja jetzt auch schon zweimal demokratisch dort gewählt. Und trotzdem treffen wir jetzt so viele Menschen mit so einer fatalistischen Haltung auch, die nicht da bleiben wollen. Die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen und sich eben nicht in Tunesien eine Zukunft vorstellen können, obwohl es da so hoffnungsvoll begonnen hat. Ich habe in einem Café in diesem Ort, Sidi Bouzid, beim Fußballschauen mit einer jungen Frau gesprochen, eine Studentin. Die hat es so beschrieben. Nach der Revolution dachten wir, dass sich die Bedingungen verbessern würden. Wir hatten Ideen, was sich verändern müssen. Die Politiker sind im Fernsehen aufgetreten und haben angekündigt, was sie reformieren, aufbauen und verbessern werden. Aber das waren alles nur leere Worte. Sprich, es gab am Anfang zwar sehr viel Euphorie, dann wurde sehr, sehr viel geredet und überlegt, sagt sie. Aber jetzt hapert es offenbar an der Umsetzung dieser Reformideen. Und das Ganze noch gepaart mit der extrem schlechten Wirtschaftslage, das hat den Menschen so ein bisschen die Hoffnung genommen. Ich wollte gerade fragen, wie blicken die dann darauf zurück, auch auf die Proteste von damals, als eben mehr Demokratie, mehr Mitbestimmungsrecht gefordert wurde. Nimmst du so einen Frust wahr oder die Stimmung war, es hat eh alles nichts gebracht? Ich bringe es mal auf einen kurzen Nenner. Demokratie und Mitbestimmung finden alle gut. Aber wichtiger ist es ihnen, dass sie sich was zum Essen kaufen können, ganz schlicht und ein Dach über dem Kopf haben. Und würdest du sagen, das war alles umsonst? Also die ganzen Proteste von damals, 2010 und in den Folgejahren? Das glaube ich persönlich nicht und will es irgendwie auch persönlich nicht glauben. Aber ich sehe aktuell keinen, der es schafft, das Ruder herumzureißen. Dafür bräuchte es, glaube ich, eine richtig große Anstrengung. Und für die wiederum braucht es ja auch junge Menschen, die bleiben. Und die wiederum bleiben nur, wenn sie eine Perspektive sehen. Das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, in dem sich das Land gerade befindet. Und die Lage ist auch ein bisschen zu komplex, um eine klare Prognose abzugeben. Ich hoffe allerdings, sie ist nicht aussichtslos. Jetzt wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das hat mir Hoffnung gemacht oder in dem Bereich sieht es gut aus? Ja, wir waren auch an der Küste kurz unterwegs und haben uns die Lage des Tourismus da angeschaut. Auch da haben wir viele Menschen getroffen, die erst im Tourismus arbeiten konnten, dann in der Corona-Phase ihre Jobs verloren haben und sie auch nicht wiederbekommen haben. Aber ich glaube schon, dass von dieser Region aus, wenn der Tourismus mal wieder sich ankurbeln lässt und in diesem Sommer kamen schon wieder mehr Touristen im vergangenen Sommer, dass von dieser Region aus natürlich auch ein positiver Impuls ausgehen könnte. Das reicht vielleicht nicht unbedingt in diese ganz arme Gegend rund um Sidi Bouzid, aber vielleicht reicht es, um zumindest wirtschaftlich wieder ein bisschen eine positive Spur zu legen. Aber einfach ist es, glaube ich, nicht, denn ich habe tatsächlich ein sehr strukturarmes Land gesehen. Ein Land, was auch eine riesige Wüste hat. Es hätte theoretisch, glaube ich, eine Option, erneuerbare Energien zu liefern, aber dafür bräuchte es erst mal Länder, die dort investieren. Und wo investieren Länder? Länder investieren, wenn die Lage stabil ist in einem Land. Und solange natürlich die politische Lage nicht stabil ist, werden nicht so viele Länder da investieren wollen. Also ich glaube, es müssen ein paar Bedingungen passieren. Dann hat Tunesien aus meiner Sicht durchaus ein Potenzial. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung an Christina Böker, unsere ARD-Korrespondentin in Madrid. Ziemlich ernüchternd, was Christina Böker uns da gerade erzählt hat, oder zumindest in weiten Teilen ziemlich ernüchternd. Und in anderen Ländern, in denen damals bei der Arabischen Revolution die Menschen protestiert haben, sieht es heute nicht besser aus, eher sogar noch schlimmer. Wie es dazu kommen konnte und ob es nicht vielleicht doch einen Grund zur Hoffnung gibt, darüber spreche ich jetzt mit unserem ehemaligen Korrespondenten und Nahost-Experten Jörg Armbruster. Hallo Jörg, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gern. Du standest ja damals auf dem Balkon des ARD-Studios in Kairo. Das hast du auch schon häufiger mal erzählt. Aber wir kommen jetzt nicht drum rum, dass wir uns das nochmal gemeinsam anhören. Und hast von dort live in die Tagesschau geschaltet, als der damalige ägyptische Präsident Hosni Mubarak seinen Rücktritt verkündet hat. Und jetzt hören wir da nochmal kurz rein. Wir hören gerade unten von den Demonstranten einen unbeschreiblichen Jubel. Ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Aber es scheint etwas ganz Besonderes passiert sein. Wir versuchen das noch während der Sendung herauszubekommen. Sie können ihn vielleicht im Hintergrund hören, diesen Jubel. Es war ein Tag, ein sehr erfolgreicher Tag für die Demonstranten. Wir versuchen, wie gesagt, jetzt gleich herauszubekommen, was da los sein könnte. Der Tag war friedlich. Ja. Etwa vor einer Stunde kam ja die Meldung. Er ist zurückgetreten. Ich bekomme gerade die Meldung. Ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist. Das würde diesen unbeschreiblichen Jubel, der hinter mir hochkommt, von der Corniche in unser 13. Stockwerk erklären. Ich habe noch keine Bestätigung dafür. Aber die Kollegen signalisieren mir, Mubarak, der nach Scharm el-Sheikh gegangen ist heute Nachmittag, ist wohl von seinem Amt als Präsident des Landes zurückgetreten. Du sprichst da unter anderem von dem Jubel, der auch über die vielen Stockwerke bis zu euch hochzuhören war. Und du hast auch in den darauffolgenden Tagen natürlich immer wieder vom Tahrirplatz in Kairo berichtet, also dem zentralen Ort der Proteste in Ägypten damals. Kannst du noch mal beschreiben, wie du damals die Stimmung wahrgenommen hast? Klingt ja jetzt erstmal nach Aufbruch. Unbedingt verstanden wir die Situation an dem Abend, an dem Spätnachmittag unbedingt als eine Chance für dieses Land mit den jungen Menschen etwas Neues zu beginnen und etwas Neues zu versuchen. Aber wir haben dann leider sehr schnell einsehen müssen, dass dieser Weg, dieser Weg, den sie eingeschlagen sind, viel komplizierter, viel schwieriger sein wird, als wir an dem Tag des Rücktrittes gedacht hatten oder auch gehofft hatten, dass er sein würde. Du hast als Korrespondent nicht nur berichtet aus Ägypten, sondern du warst ja auch in Libyen unterwegs, in Syrien. Das gehörte alles zu deinem Berichtsgebiet. Auch dort wurde damals protestiert und man hatte hier aus deutscher Sicht das Gefühl, das ist jetzt eine totale Kettenreaktion. Warum ist diese Kettenreaktion ausgelöst worden? Es war damals eine Kettenreaktion, weil die Probleme in den Ländern alle ganz ähnlich waren. Die arabischen Länder sind extrem junge Länder, sind aber auch sehr korrupte Länder, die den jungen Arabern und Araberinnen wenig bis gar nichts zu bieten haben. Wenn pro Jahr Millionen von jungen Menschen auf den Arbeitsmarkt drängen, bekommt nur ein Teil davon wirklich einen Job, von dem sie geträubt haben. Die meisten müssen sich begnügen, wenn sie überhaupt einen Job bekommen, mit einem, der halt da gerade angeboten wird, ob er ihnen gefällt oder nicht gefällt. Also die Frustration und die Enttäuschung und die Niedergeschlagenheit unter den jungen Menschen in diesen arabischen Ländern war damals riesengroß, ist es nebenbei heute wieder. Und im Januar ist es losgegangen, weil es in Tunesien schon im Dezember losgegangen war und die Tunesier sehr erfolgreich ihren Alleinherrscher in die Wüste nach Saudi-Arabien geschickt haben. Deswegen folgten in anderen Ländern sehr schnell andere jungen Menschen. Wir haben kurz gesprochen über Ägypten. Du hast gerade den tunesischen Präsidenten Ben Ali, der nach 20 Jahren an der Macht zurückgetreten ist und nach Saudi-Arabien geflohen ist, angesprochen. In Libyen ist der Langzeitdiktator Gaddafi im Zuge der Aufstände dort gestorben. Also wie hast du damals die Proteste, also die Zukunft dieser Proteste eingeschätzt und was war vielleicht auch deine Hoffnung, die damit verbunden war? Also Hoffnung ist ganz einfach. Wir hatten natürlich alle gehofft, dass es nun besser wird in diesen Ländern, dass es mehr Mitsprache gibt, mehr Chancen, weniger Korruption, vielleicht sogar überhaupt keine Korruption. Aber wir haben relativ schnell gesehen, dass, wie ich schon sagte, der Weg sehr mühselig sein wird und dass auf dem Weg sehr viele Hindernisse aufgebaut werden. Zum Beispiel durch das Militär, das in Ägypten eine ganz entscheidende Rolle in der Politik spielt, war nicht daran interessiert, das zu einem wirklichen Demokratisierungsprozess zuzulassen. Dann waren im Hintergrund immer Saudi-Arabien oder die Emirate. Beide waren auch nicht daran interessiert, dass es in der arabischen Welt so etwas gibt wie eine Demokratisierung. Am Ende hatten sie ja dann 2013 auch den Militärputsch in Ägypten bezahlt. Das ist nachgewiesen und welche Rolle sie in dem kleinen Tunesien gespielt haben, ist noch nicht so ganz klar. Aber im noch viel kleineren Bahrain am Persischen Golf sind sie sogar einmarschiert und haben dort die Proteste niedergeworfen. Und in Syrien haben sie Dschihadisten unterstützt, finanziell und mit Waffen unterstützt, die sie in den eigenen Ländern erbittert verfolgen. Also Saudi-Arabien, Emirate haben eine sehr, sehr zweifelhafte antidemokratische Rolle gespielt, weil sie eben selber Demokratiefeinde sind. In Ägypten hat jetzt Abdel Fattah al-Sisi eine autoritäre Präsidialherrschaft eingerichtet. Jemen, Syrien, Libyen, Bürgerkrieg. Also das, finde ich, ist eine harte Bilanz. Macht dich das betroffen, wenn du da drauf zurückschaust, gerade auch, weil du ja diese Anfangseuphorie miterlebt hast? Ja, das macht mich sehr betroffen. Ich war vor ein paar Jahren in Ägypten noch einmal gewesen, in Kairo, um dort für ein Buch zu recherchieren und hatte da Gelegenheit, mit den wenigen Oppositionellen zu sprechen, die es heute noch wagen, sich gegen Assisi zu wenden und dann auch lautstark sich gegen Assisi zu wenden. Und von ihnen habe ich immer gehört, dass es schlimmer ist unter Assisi, als es jemals unter Mubarak gewesen ist. Und ich glaube, das ist der Stand der Dinge, die man heute benennen kann. Was konntet ihr denn damals überhaupt schon konkret absehen, wie sich das entwickeln würde? Und kannst du jetzt rückblickend sagen, wo ihr daneben lag mit den Einschätzungen? Also wirklich in die Zukunft blicken konnten wir nicht und konnten es nicht abschätzen, weil zumindest bei mir im Büro und auch in den anderen Büros keiner eine solche Situation in der arabischen Welt jemals erlebt hat. Was wir meinten einschätzen zu können, war ein Misstrauen dem Militär gegenüber, das im Lauf des Jahres 2011 angewachsen ist, weil das Militär sehr brutal gegen weitere Demonstranten im Mai, Juni, Juli durchgegriffen hat und Militärgerichtsverfahren eingeleitet hat. Das war erkennbar, das Militär wird so ohne weiteres seine Macht nicht abgeben. Was wir nicht richtig eingeschätzt haben und es tut mir heute auch ein bisschen leid, ist so die Rolle der Moslembrüder. Sie sind gewählt worden, aber sie waren am Ende weitaus schwächer, als wir immer unterstellt haben. Wir dachten, die bauen sich jetzt da einen Religionsstaat zurecht. Aber das war in Grenzen vielleicht der Wunsch der Moslembrüder, aber in der Tat konnten sie das nicht umsetzen. Und von daher war es wahrscheinlich ein Fehler, den Moslembrüdern zu unterstellen, das sind von vornherein Antidemokraten. Was würdest du denn sagen, du hast eben schon gesagt, Saudi-Arabien spielt da eigentlich eine zweifelhafte Rolle und externe Interessen haben die ganze Gemengelage da eigentlich auch mit beeinflusst. Jetzt frage ich mich immer, wir aus unserer deutschen Perspektive, mit unserer deutschen Brille, uns ist das Stichwort Demokratie immer super wichtig und daran messen wir im Prinzip auch Erfolge. Anstrengungen in anderen Ländern, können wir das überhaupt so oder ist das eigentlich der komplett falsche Ansatz, zu sagen, ihr habt es ja nicht geschafft mit der Demokratie? Nein, erstens kann man den jungen Menschen in der arabischen Welt nicht vorwerfen, dass sie es nicht geschafft haben. Sie konnten es nicht schaffen, weil sie es auch nicht geschafft haben und auch das konnten sie nicht schaffen, die alten Eliten in die Wüste zu schicken, wenn man so will. Also das Militär, die Verwaltung, die Gerichte, die Wirtschaft vor allen Dingen, die durchkorrumpierte Wirtschaft, all das existierte ja noch und die hatten ein großes Interesse daran, diese Demokratieentwicklung zu verhindern und das haben sie dann am Ende erfolgreich gemacht. Vielleicht hätte der Westen da stärker einschreiten können, aber der Westen spielt im Nahen Osten eine sehr zweifelhafte Rolle. Den Menschen aus dem Westen, auch mir als Journalist ist das immer wieder passiert, wird vorgeworfen, ihr orientiert euch, ihr seid unehrlich uns gegenüber, ihr vertretet eine doppelte Moral, nämlich Demokratie im eigenen Land, in Deutschland, in Frankreich oder Großbritannien. Aber wenn es um die arabische Welt geht, dann unterstützt ihr die Demokratiefeinde, nämlich die autoritären Mubaraks oder Assisis oder die saudischen Könige bzw. emiratischen Schechs, weil die eben das Öl liefern und die Demokratieversuche in der arabischen Welt natürlich immer mit Unsicherheiten verbunden sind. Daher setzt der Westen stärker auf die autoritären Herrscher und das wird wiederum wahrgenommen von den jungen Arabern und Araberinnen hauptsächlich als eine Doppelmoral, mit der sie heute eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen. Du hast ja im vergangenen Jahr auch ein Buch rausgebracht, die Erben der Revolution, Was bleibt vom arabischen Frühling, heißt das? Und warst für deine Recherchen auch nochmal in Ägypten, hast dort alte Freunde getroffen. Was haben sie dir denn erzählt? Wie blicken sie auf die Revolution zurück, die ihr damals ja gemeinsam erlebt habt? Ich habe natürlich die Frage gestellt, welche Fehler habt ihr gemacht? Und da habe ich sehr ehrliche Antworten bekommen. Da kam zum Beispiel als Antwort, dass sie zu sehr den Moslembrüdern vertraut haben, dass sie zu sehr dem Militär vor allen Dingen vertraut haben. Denn ich kann mich erinnern, nach dem Sturz Mubarak hieß es, Militär und Volk sind eins. Das waren sie aber nie. Und diesen Spruch haben sie sehr lange vertraut, bis sie plötzlich merken, das Militär spielt ein ganz anderes Spiel, als es nach außen hin darstellt. Und solche Erkenntnisse haben die ehemaligen Tachirplatzleute auch vor zwei Jahren mir noch mitgeteilt. Und sie sagen auch, die Situation ist so verfahren in Ägypten, jetzt bleiben wir vielleicht mal bei dem Beispiel Ägypten, die Situation ist bei uns so verfahren, dass es irgendwann mal wieder zu einem Aufstand kommen muss. Nur, der wird viel blutiger werden, als der Aufstand 2011 im Januar und Februar es jemals war. Denn diesmal weiß das Regime, was es zu verteidigen hat. Und dass es dem Regime, wenn es diesen Aufstand verliert oder wenn die Aufständischen erfolgreich sind, dass dann das Regime tatsächlich weggefegt wird. Deswegen wird das Regime sich mit allen zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich Militär und Polizei, zur Wehr setzen und versuchen, alles zu unterdrücken. Und die Repression, 60.000 politische Gefangenen in Ägypten, die Repression erklären sie auch dadurch, dass Assisi heute sagt, der arabische Frühling 2011 konnte nur entstehen, weil Mubarak nicht energisch genug die möglichen Aufständischen und Unzufriedenen unterdrückt hat. Und das tut er heute sehr systematisch. Das sind ja jetzt nicht unbedingt rosige Aussichten. Was würdest du sagen, was bleibt denn vom arabischen Frühling? Hat sich doch vielleicht irgendwas nachhaltig und für die Menschen zum Positiven verbessert? Vielleicht nicht im alltäglichen Leben zum Positiven. Aber den Köpfen hat sich einiges verändert, soweit ich das feststellen konnte. Nämlich, sie haben ihre Kraft ausprobiert. Sie haben gemerkt, wir können es, wenn wir wollen. Wir dürfen nur nicht die gleichen Fehler wiederholen. Und wenn du mal in die arabische Welt guckst, 2019 vor Corona, also hat es Aufstände im Libanon gegeben, in Algerien und im Irak, die sogar Regierungswechsel herbeigeführt haben. Also die Unruhe ist nicht weg. Sie ist jetzt vielleicht ein bisschen zugedeckelt, vor allen Dingen durch Corona. Aber die Unzufriedenheit unter den jungen Menschen ist nicht weg. Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen an den Nahost-Experten und ehemaligen ARD-Kairo-Korrespondenten Jörg Armbruster. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und abonniert uns, dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge mehr. Redaktionsschluss war der 9.12.2022. Redaktion hatte Paula Kersten. Ich bin Johanna Jeschke. Redaktion hatte Paula Kersten.